Diese Soundtrack ist so geil Na komm Ach du Kacke, ich war ja hier, ich erinnere mich Ich muss irgendwas finden an das Ding jetzt so Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du. Du, du, du. Du, du, du. Du verwirrst mich so viel, weiß nicht was du meinst Du verwirrst mich so viel, weiß nicht was du meinst Ich weiß nur, dass die Stelle wo ich jetzt bin Kacke ist Ich hasse diese Ecke hier Ich hab dich eingeholt, lol. Ja, ich hab nicht viel gespielt Ich weiß nur, dass die Stelle hier, wo ich gerade bin, extrem nervt worden war Das ist das, woran ich mich noch erinnere Okay, so Ich will jetzt warten, bis der da oben Du kommst bei dem Vogel nicht weiter? Achso, okay Ich verrate jetzt nicht, wenn man da weiterkommt Äh, jupalalalala Ich spür das jetzt Ultra Pussy Ich hab genau eine Energiezelle, dann speichern wir hier mal Oh, du, 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 du Was soll hier hoch? Sieht nicht aus, ob ich da weiterkomme Wow, 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 wow Genau deshalb mochte ich die Stelle hier nicht Ich hab's geschafft, Fragezeichen Das ist ein verdammt weiterer Sprung Muss ich den Gegner dafür missbrauchen? Okay, I think I did it Ein Schlüsselfragment, okay Kann ich hier durch? Nein Okay Wow, 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 wow Was war das? Hat sich die Map gerade geändert? Ich bin nach hier gegangen? Was? Fuck it Okay, wo bin ich? Okay, ich bin hier What the fuck, Alter Ich hasse diese Ecke Natürlich hast du mich getroffen Komm, drück mich bitte einfach Danke Kann mir mal irgendwer erklären, warum ich mir an dieser Ecke hier so schwer tue? Spuckst du nochmal? Das wär voll cool Okay Okay Nice Level up Auf jeden Fall hat das meine Energiezellen wieder hergestellt Was heißt, wenn ich hier rüber komme Kann ich hier hinten speichern Äh, speichern Na ja, ich kann nicht speichern, weil dann Gegner steht, ich hab's verstanden Welche Seite hat sich jetzt geändert, die rechts? Toll, ich hab mich im Wald verlaufen Yay Wow, ich seh halt nicht mal was, aber okay I think I got it Heht ihr das mit dem Verlauf nur geahnt? Hmaa... Hm, 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 hm Ich hätte das mit dem Verlaufen nur geahnt, also, ich hab mich ja von Anfang an gewundert dass ich keine karate habe Stop getting so aggro, alter. Warum schießt du überhaupt so schnell? Okay. Bist du tot? Och, da ist noch einer. Cool. Speichern. Erfordert Ultor noch so. Spare ich mir den zweiten Punkt? Wie viel kosten denn die hier oben kosten? Drei. Könnte ich den hier auf der anderen Seite kaufen? Ein Ding wiederherstellen. Stichflamme. Ultraselenverbindung. Warum habe ich den einen Punkt da überhaupt reingesetzt? Der war totale Verschwendung. Also ich finde den ganzen Tri relativ uninteressant. Das Einzige, was mich interessiert, ist das hier. Der Dreifachsturm. Stimmt wegen dem Dreifachsturm. Habe ich das gemacht. Dreifachsturm und Ultraverteidigung. Dreifachsturm ist halt nice. Gut, wir gehen den Weg bis Dreifachsturm. What the fuck is this? Azusfackeln. Hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zum verhüllten... Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Gut, dass ich jetzt noch weiß, wie ich mit der Zeug zur verhüllten Laterne komme. Nicht. Aber ich kann auf jeden Fall dann hier speichern. So, hoch. Ist das brüchig? Was übersehe ich hier? Hat sich jetzt links der Weg schwerer geändert? Unten geht ein Licht durch den Weg. Ich habe keine Ahnung, welches Licht. Das hier sieht zerbrechtlich aus. Auch nicht. Komm mal mit. Ah, du kommst nicht so weit, ne? Was bist du überhaupt? Bist du ein ekliger Todesgiftfrosch? Anscheinend. Also wenn ich raten müsste, da hat sich der Weg hier geändert. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Das ist nicht cool. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich gehe den Weg jetzt erstmal weiter. Dankeschön. Ich glaube, dafür war es dann nämlich da. Wow, 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 wow. 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 Nur für den. Okay, wir speichern. Boop, 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 boop. I can't see shit. Hey, friss deinen eigenen Schuss. Gegen den du immun bist, was? Oh, geht doch. Wow, 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 stampfe, okay. My god, das ist easy. Äh, da kann ich hoch... Danke spielen. In dem Wald, wo ich eh schon keine Ahnung habe, wo ich langlaufen soll, gibt mir das Spiel jetzt zwei Optionen, wo ich langlatschen kann. Ich kann nämlich entweder hoch oder ich kann hier nach links. What the fuck ist das hier links? Okay, ich muss auf jeden Fall hoch, weil da oben komme ich nicht durch. Bitch, please, wie viele Enemies sind denn da? Das ist überhaupt nicht lustig. Ist hier was? Nein. Na komm. Ich habe mich jetzt selber damit getroffen, obwohl ich mich damit gar nicht getroffen habe. Okay, das geht.